Guten Abend Leute und herzlich willkommen zu einer kleinen Ankündigung. Und zwar werde ich bald jede Woche eine kleine Serie machen und zwar heißt die Your PC. Dort werde ich dann euren PC zusammenstellen und zwar immer den PC, den ihr als Top-Kommentar gewählt habt. Unter dieses Video bitte ich euch einen Kommentar zu schreiben mit einem Budget. Als Beispiel sage ich jetzt mal 1200 Euro und dann schreibt ihr genau eure Anforderungen an diesen PC. Ihr wollt einen leisen PC, er kann ruhig laut sein oder er soll 24-7 stabil sein, also mehr so ein Server-Rechner. Er soll dauerhaft laufen, er soll möglichst effizient sein. Einfach all eure Anforderungen müsst ihr einfach da reinschreiben, die ihr zumindest braucht. Und dann werde ich den am besten bewertetsten Kommentar auswählen und diesen PC dann eben zusammenstellen. Wie gesagt, das werde ich dann wahrscheinlich jede Woche machen. Ich denke mal so Mittwoch ist ein ganz guter Tag, Mittwoch oder Donnerstag. Und dann wird die Serie eben heißen Your PC und dann Folge 1, 2, 3, 4 und so weiter. Und ich denke mal, das ist dann ganz gut. Damit wirklich immer der PC zusammengestellt wird, den sich auch viele wünschen. Deshalb nehme ich immer den bestbewertetsten Kommentar. Und ja, das war es schon. Ganz kurze Ankündigung. Ich hoffe mal, es gefällt euch. Bitte lasst eine Bewertung da, wenn das der Fall ist. Und dann bis zum nächsten Video. Ich denke mal, spätestens die Tech-News dürften das sein. Schönes Wochenende und bis dann. Ciao, ciao. Ich denke mal, spätestens. Vielen Dank.